Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die drei besten Siebträgermaschinen. Siebträgermaschinen eignen sich vor allem für die Zubereitung von Espresso oder Getränken auf Espresso-Basis. Meist sind es Halbautomaten, welche mit einem abnehmbaren Siebträger arbeiten. Das Kaffeemäh wird hier am besten in einer separaten Kaffeemühle frisch gemahlen, dann in den Siebträger gefüllt und dort mit dem sogenannten Temper festgedrückt, damit nichts aufgewirbelt wird. Dann kommt das Sieb zurück in die Maschine, Wasser wird hinzugegeben und der Inhalt auf ca. 90 Grad erhitzt und mit einem Druck von ca. 9 Bar durch den Siebträger gepresst. Anschließend wird der Kaffee ganz einfach per Knopfdruck herausgelassen. Das sind im Großen und Ganzen Siebträgermaschinen, allerdings gibt es natürlich verschiedene Arten von diesen Modellen. Damit ihr nun das perfekte Modell für euch findet, werden wir euch mal drei verschiedene Espresso-Siebträgermaschinen von drei Herstellern und auch aus drei Preisklassen vorstellen. Wir gehen auf die wichtigsten Besonderheiten und Funktionen ein, hier sollte wirklich für jeden etwas dabei sein und wenn ihr euch noch weiter zu den Maschinen informieren wollt, dann tut das doch gerne über die Links in der Videobeschreibung. Dort findet ihr alle drei Maschinen. Nun starten wir aber mit dem eigentlichen Video und der ersten und auch günstigsten Espresso-Siebträgermaschine. Hier haben wir uns die Krups Virtuso rausgesucht, ein Modell, welches für nur knapp über 200 Euro erhältlich ist und von den Kunden mit sehr gut bewertet wurde. Dieses kompakte Modell kann uns alles bieten, was man von einer klassischen Siebträgermaschine grundlegend erwartet. Beispielsweise ein schlichtes und modernes Design, einen für diese Größe sehr starken Pumpendruck von 15 Bar sowie eine rasche Aufheizung durch das Thermoblicksystem von Krups. Durch die kurze Aufheizzeit sowie auch durch den starken Pumpendruck ist ein Espresso in weniger als einer Minute zubereitet. Zur Bedienung reichen ein hier vier Tasten, den Ein- und Ausschalter, die Heißwasserfunktion, also die das eigentliche Brühen initiiert und zwei Auswahltasten, bei denen man bestimmen kann, ob man einen oder wahlweise auch gleich zwei Espresso gleichzeitig brühen möchte. Zudem besitzt das Modell auch noch eine Milchaufschäumdüse, sodass auch Milch-Kaffeespezialitäten möglich werden, eine Tassenwärmerfunktion sowie eine automatische Abschaltung. Diese moderne Espresso-Maschine im hochwertigen Edelstall-Look sorgt für den perfekten Mix aus Langlebigkeit und Stil, eine einfache Bedienoberfläche mit automatischer Abschaltung und die Möglichkeit auch Milchkaffee mit der Milchaufschäumdüse zu genießen. Zudem eine rasche Aufheizzeit und ein starker Pumpendruck sowie auch die Doppeltassenfunktion, all das sorgt dafür, dass die Krups Virtuso, wie schon gesagt, all das dabei hat, was man sich grundlegend von einer Siebträgermaschine erwartet. Das Modell ist natürlich eher für den Heimgebrauch geeignet und wie schon gesagt, das günstigste Modell im Vergleich. Mehr Infos zur Krups Virtuso über den ersten Link unten in der Videobeschreibung. Als zweites möchten wir euch das Modell von DeLonghi vorstellen, die La Specialista Arte EC91-55. Dieses Modell aus der nächsthöheren Preisklasse ist schon eher für den professionellen Gebrauch geeignet. Die bei Espresso-Liebhabern sehr geschätzte Maschine von DeLonghi kommt mit einem hochwertigen Edelstahl-Retro-Look und einem sogar in 8 Stufen verstellbarem Malwerk. Dieses Kegelmalwerk liefert immer frisch gemahlenen Kaffee für einen einfachen oder auch doppelten Espresso und wurde speziell für die unterschiedlichsten Arten von Kaffeebohnen entwickelt. Außerdem hat man die Möglichkeit, an dieser Siebträgermaschine noch weitere Einstellungen vorzunehmen. Beispielsweise kann man die Brühtemperatur in drei verschiedenen Einstellungen auswählen. Drei voreingestellte Getränke hat man hier zudem zur Auswahl Espresso Americano und Heißwasser. Aber es gibt auch eine Milchaufschäumdüse dabei, womit quasi alle Arten von Milchkaffee mit der DeLonghi La Specialista möglich werden. Da es sich hier um ein professionelles Modell handelt, lassen sich auch noch weitere Kaffee-Einstellungen vornehmen. Beispielsweise die wichtige Einstellung der Kaffee-Stärke oder auch der Ausgießdauer, welche wiederum auch Einfluss auf das Aroma und die Stärke hat. Zudem wird mit der Maschine gleich ein Premium-Barista-Kit mitgeliefert, eine Reihe von Werkzeugen, mit denen man sich die komplette Kontrolle über sein Kaffee-Erlebnis holen kann. Zudem besitzt das Modell einen stabilen Pumpendruck von 15 Bar, einen 1,5 Liter großen Wassertank und einen großen Bohnenbehälter mit 350 Gramm Volumen. Das Modell aus dem Modelljahr 2022 überzeugt uns durch seinen Retro-Look, aber trotzdem noch durch seine vielen verschiedenen Einstellungen, die die Siebträgermaschine von DeLonghi zu einem Modell mit wirklichem Profi-Charakter machen. Mehr Infos über den zweiten Link in der Videobeschreibung, bleibt aber auch gerne bis zum Ende dran, denn ein letztes Modell möchten wir euch noch vorstellen. Es handelt sich um das hochwertigste Modell, sowie auch um die beliebteste Espresso-Siebträgermaschine aus diesem Vergleich. Es geht um die Sage Appliance Barista Express. Dieses Modell sorgt für die Zubereitung eines perfekten Espressos von der Bohne in die Tasse in weniger als einer Minute. Vor allem verspricht der Hersteller hier bei dieser Maschine die vier Schlüsselelemente zur Zubereitung von einem Espresso. Ein vollmundiges Aroma, ein perfekt ausgewogener Geschmack, eine ideale Konsistenz und ein seidig samtes Mundgefühl. Das erreicht der Barista Express beispielsweise durch den starken Pumpendruck, der individuell eingestellt werden kann, durch das schnelle Heizsystem sowie das eingebaute Kegelmalwerk. Außerdem dabei eine Milchaufschäumdüse, mehrere Einstellmöglichkeiten, um den Espresso zu individualisieren, beispielsweise was die Füllhöhe, die Stärke oder das Aroma angeht und auch die Möglichkeit, die Temperatur des Getränks in verschiedenen Stufen einzustellen. Vor allem hat das Modell noch die ein oder andere Funktion, die es speziell auf die Optimierung des Espresso-Brühens abgesehen hat. Beispielsweise die Pre-Infusion-Funktion, welche den Druck zu Beginn des Brühens erst allmählich erhöht und damit hilft, sicherzustellen, dass alle Aromen während der Extraktion gleichmäßig herausgezogen werden. Solche Funktionen sind es, die den Barista Express von Sage Appliance zum absoluten Oberklasse-Modell machen, an dem sich viele nachfolgende Siebträgermaschinen wie beispielsweise auch die DeLonghi La Specialista orientieren. Zudem kommt die Sage Appliance Barista Express mit einer Doppeltassen-Funktion, einem Tassenwärmer, verschiedenen Reinigungsprogrammen und auch zwei verschiedenen Design-Varianten, einmal mit gebürstetem Edestahl oder in einer schwarz glänzenden Optik. Ja, es handelt sich hier um das hochpreisigste Modell, aber unserer Meinung nach ist die Sage Appliance Barista Express ihr Geld allemal wert und genauso sehen das auch die Kunden. Es ist der am besten schmeckendste Espresso für die allermeisten Kaffee-Liebhaber. Also informiert euch aber gerne selbst nochmal zum Modell. Auch dieses ist an dritter Stelle in der Videobeschreibung verlinkt und dort könnt ihr sowohl die Hersteller-Informationen einsehen als auch natürlich viele Kundenbewertungen durchlesen. Sollte euch das Ganze gefallen, könnt ihr es auch gleich über Amazon mit Prime-Versand bestellen und das Gerät in nur wenigen Tagen nach Hause geliefert bekommen.